Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Dead by Daylight! Black Unicornism, Pusterblume 09 und Kalixur. Nur der Killer war gerade noch nicht ready, aber jetzt ist er auch Radieschen. Tumtum, tumtum, tumtum. In letzter Zeit ist es so, dass irgendwie fast jeder, also fast jeder, aber gefühlt mindestens ein Fünftel von den Killern ein Mori für alle raushaut. Also ich hatte in letzter Zeit so viele Spiele, wo der Killer ein pinkes Mori hatte, wo ich mir gedacht hab... Warum? Why, dude? Why? Sogar bei, bei Duo-SWF-Gruppen, also wenn du zwei Zweier hast, sozusagen in der Survivor-Gruppe. Ähm... Das... Dann wird das auch eingepackt. Und mir ist auch zu Ohren gekommen, dass seit dem letzten Update halt ziemlich viele Leute aufgehört haben Dead by Daylight zu spielen. Also, ich hab sowieso nicht gerne Killer gespielt, hab ich ja schon... ...bereit... ...erzählt. Einmal, naja. Ich denke mal, dass auch ziemlich viele Killer jetzt aufgehört haben. Viele Survivor dann der Meinung sind, naja, okay, dann versuche ich mich mal als Killer, aber Killer ist nie einfach. Killer war noch nie einfach. Also richtig einfach ist halt immer Survivor-Spielen. So wie ich es mache, es ist wirklich... ...ja... ...relativ einfach. Im, im, also... ...in Korrelation zu... ...zu Killer... ...es ist super einfach. Ich hab doch drauf gedrückt, warum ging das nicht? Ernsthaft? Und die macht einfach den scheiß Ken weiter! Oh, da ist noch ne Tote. Und n' Jen! Und da ist noch nicht! Wenn ich auf jeden Fall komme. Oh, die müssen wir jetzt! Ich bin kein Jubil. Ich bin kein Jubil. Oh, der... Oh, der... Ich bin kein Jubil. Aber werde ich nicht verankert sein. Wie war das? So weiterspielen ist einfach. Ja, aber wäre ich losgeraten, wäre es auch nicht viel besser gewesen. Aber er ist voll der Tummler. Jetzt kommt sie sofort wieder zurück. So weiterspielen. Was ist das? Das Problem ist, wenn wir jetzt hier alle drei machen, haben wir auf der anderen Seite ganz, ganz viele, die wir noch machen müssten. Oh. Also ich hab immer hier den Einpirk dabei, damit... auch jeder weiß, wo wer ist und was der macht, weil erst recht, wenn ich alleine spiele, weil das ist. Es ist gut, dass wir gerade ein bisschen abgelangt haben, aber trotzdem ist der jetzt nicht wirklich, äh, weit weggekommen vom Keller. Oh. Naja. Und da hängt er wieder. Ich werd den hier nicht fertig machen. Wenn ich den fertig machen habe, haben wir ein Problem. Wenn ich den fertig machen habe, haben wir ein Problem. Die lässt eh auch keinen in die Nähe, ne? Wo ist'n das Black Unicorn? Ja, dann mach ich den Scheiß-Generator jetzt halt. Ah, hier ist die Hedge gut zu wissen. Ah. Oh. 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 Ah. Was auch noch rein? Hat er die ganze Zeit im Schrank gestanden? Ok, ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, dann renn halt weg und lass dich nicht von mir heilen. Ja, dann renn halt weg. Tja, Unicorn, dann mach mal was für dein Geld. Ja, dann start. Ja, dann start. Ja, dann start. Was soll der Scheiß? Na ja, das hätte er wahrscheinlich nicht für mich gemacht. Ja, dann start. Ja, dann start. Ja, dann start. Ja. Ja. Die kann doch nicht so blind gewesen sein. Ich hätte... Ich hätte rausgehen sollen. Na ja. Ich hab's versucht. Ja. Ja. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.